Jetzt bereist schon ein bisschen, dass ich die gescheite Kamera nicht mitgenommen habe. Hm? Brauchen wir den Kupferfarben? Ja. Oh, das hat nicht so halb lang, oder? Ja, das ist gut. Vorhin war es gut. Können Sie uns mal kurz ausschalten? Was? Guck mal die zwei Zaunerdecks bei der Ruhe weg. Oh, ja. Wir probieren es nochmal. Das wir jetzt schon haben. Ja. Das ist es so weit. Es wird schön. Obviamente. 그런데 da ist ein Video, ja, natürlich. Es geht auch nicht mehr. Ich will keine Schande sein. Es wird sicher sein. Das ist halt ein Video gerade aus dem Video, aber wir müssen nicht nachher hören. Was ist jetzt in der Sonne? Was ist jetzt in der Sonne?